Willkommen zurück zu einem neuen Video. Beim letzten Mal haben wir das offizielle Banner erstellt und ebenfalls die 1.17 mit meiner Freundin zusammen erkundet und unfassbar viele neue Dinge entdeckt. Jedoch war das nicht das einzige, was die letzten Monate passiert ist. Ich freue mich sehr, euch heute die besten Momente der vergangenen Zeit präsentieren zu dürfen. Und glaubt mir, wenn ich sage, es wird teilweise wirklich, wirklich cool. Aber jetzt rein ins Video, viel Spaß. Ich habe Geburtssack in 20 Minuten und wir craften gerade Feuerwerksraketen und um 0 Uhr mache ich ein kleines Feuerwerk für mich selbst. Ok, aber die sind jetzt Stufe 2. Jetzt sind die Stufe 3. Ah, es gibt nur Stufe 3, okay. Perfekt, ja dann machen wir drei Stacks davon. Wir können da noch was hinzufügen. Also wenn ich da jetzt nochmal Rot dazu mache, geht das? Übergang zu Rot, lol. Dann machen wir von Rot, Weiß, Gelb einen Übergang zu welcher Farbe? Orange wäre eigentlich derbeheftig. So, und dann Übergang zu Orange, perfekt. Ok, ja wir brauchen nur noch Gunpowder, Digga, dann kann es losgehen. Ja, let's go, dann gehen wir mal zu Gunpowder-Farm und holen uns noch Gunpowder, um die fertig zu craften. Umrahmen die Kugeln mit Rot. Wie, umrahmen mit Rot? Weil wir können ja das hier umrahmen mit Grün. Hä? Ach du, was ist das denn? Ja moin, da kommt ja sonst was raus für eine Baberkugel. Warte, wir testen einfach mal. Wir haben ja genug Kugeln gemacht. So, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, dass ich es rechtzeitig mache. Und dann, wenn ich gleich noch beschäftigt bin, wie spät ist es? Ich habe gar keine Uhrzeit im Blick. 45, ok, tschuldig. So, dann machen wir einmal Umrandung mit Gabe. Digga, was ist das denn? Wir können auch hier so und dann so einfach. Bam. Ok, dann haben wir genug verschiedene Raketen, die wir hochzünden können. Ne, ich fliege nicht damit, Chat. Dann gehen wir einmal Gunpowder holen, um die Raketen fertig zu craften. Wir machen überall drei Raketen. Wir gehen rüber zum Emberpillis und gucken mal, ob das irgendwie möglich ist, dass wir das mit der Glocke noch schaffen. Zack. Und dann hier einfach ein so und ein so. 1A. Perfekt, Digga, das funktioniert. Aber das ist ja nicht voll schnell. Ne. Wenn wir da... Oh, wollt ihr mich jetzt flanken? Haben wir irgendwo ein Bett? So, wir legen uns jetzt kurz ins Bett und fliegen danach hin. Und dann tun wir... Ich weiß nicht, ob ich noch kurven muss. Alles gut. Bin gerade ein bisschen im Stress. Papier. Papier. Let's go. Feuerwerk-Raketen. Drei Stacks. Dann wieder Papier weg. Und jetzt wieder drei Stacks weg, Alter. Holy shit. Doch, wir brauchen so viel. Die anderen Dinger behalten wir einfach. Dann tun wir das jetzt nach und nach rein. Wir füllen den Dispenser. Eigentlich brauchen wir zwei Dispenser, sonst passt das nicht. Äh, schau auf die Uhr, wie spät. 53. Wir können noch einen zweiten Dispenser craften, wenn ich jetzt schnell einen Bogen zur Hand finde. Da, perfekt. Bogen. Spender. Bogen rein. Dispenser. 1A. So, dann bauen wir das hier einmal ab. Frieden, greift mich bitte nicht an. Das hier rein. Das hier rein. Der Rest ist normal. Reicht euch das von der Länge her? Warte, wir mischen mal noch 32 von normalen Raketen dazwischen einfach. So ist doch super, oder? Ich rendere nochmal alles, dass man wirklich alles, alles sieht vom Hammer Palace. Und dann passt das, Junge. Wollen wir uns doch hier... Kann ich mir hier irgendwas bauen oder so? Zum Chillen. Emi, wie spät ist es? 4 Minuten. 4 Minuten. Okay. Wunderschön. Oh, fuck, ist es nicht symmetrisch. Dein, das wäre jetzt so ein bisschen blöd, du. Bisse sehr unangenehm. Egal, wir gucken uns das von hier an. Safe, oder? Ne, ich baue das wieder weg. Vergiss, was ich gemacht habe, Chad. Weißt du, wer dein 17 wird? Emi? Du hast dann einfach einen 17-jährigen Freund. Wie ist das? Wie ist das, so einen 17-jährigen Freund zu haben? Der ist genauso kindig wie vorher, also... Was soll ich von mir aufwarten? Geht's los? Ja. Sag an. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wow, ich bin 17. Wie traurig, dass wir das in Minecraft feiern. Warum... Das geht nur einer. Nein. Nein. Es wird nicht weitergeleitet. Alles gut. Nochmal 17. Ja. 17. Ey. Danke für die ganzen Glückwünsche, Jungs. Ich habe euch auch lieb. Lashes 17. Ey. Wuhu. So, und in einem Jahr feiern wir hier, wenn der Amber Palace steht, an den 18. So ein Ding wird das. Obwohl, den 18. feiern wir eigentlich rein, ne? Da kann es sein, dass ich nicht streame. Schau mal vor. 17.8. der Geburtstag vor dem Amber Palace in Minecraft verbracht. Ich bin 17. Krass, ey. Wie heftig. Oh mein Gott, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist ein Lauf. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Pair, schau dir das nochmal an, bitte. Nein, ich gucke mir keinen Gebait an. Ähm. Ne, bitte ist kein Gebait. Oh, ja. Hä? Warum gibt es sowas, Digga? Was ist das denn? Danke, Jungs. Danke. Danke für die Glückwünsche. Was ist das? Warum gibt es sowas? Wie Birthday Pair, Digga. Let's go. Nach meinem Geburtstag kam das nächste Special Event. Und zwar die 10.000 Tage. Jungs, es geht langsam los, Alter. Wir sind jetzt wirklich Tag 9.988. Wir sind kurz vor Tag 10.000 einfach. Wir sind kurz vor Tag 10.000. 9.999. 9.993. Sieben Tage fehlen noch. Puh, puh, puh. Wir sind Tag 9.999. Tag 9.999. Umgerechnet für Relife wäre das Jahr 27. Und jetzt legen wir uns ins Bett, um den Tag 10.000 zu beginnen. Alter, richtig krass, Alter. Das ist so ein Meilenstein. Das ist so ein Meilenstein einfach. Tag 10.000. Let's go. Und, achtet auf die Zahl. Und, und. Oh. Oh. Tag 10.000 einfach. Hier sieht man es nochmal. Tag 10.000, Digga. 27 Jahre in Minecraft. So ein Ding ist das. 10.000 Tage in der Minecraft-Welt. Maschallah. So lobe ich mir das, Alter. Krank. Let's go. Aber richtig. Boah, wie, wie die Zahl umgeswischt ist. Das war zu cool. Irgendwann Tag 100.000 einfach. Im letzten Video haben wir ja das Banner erstellt. Und tatsächlich habe ich das dann natürlich auch in-game angewandt und überall angebracht. Und ich überlege sogar, ob wir halt einfach alle drei Versionen der Banner craften. Wir können ja einfach das zwar als offizielles Banner machen, aber halt noch, ähm, oder als offizielles Symbol, versteht ihr? Aber halt mit anderen Farben, weil die anderen Farben gefallen mir echt gut. Guck mal. Das hier passt in so ein richtig mittelalterliches Dorf, weißt du? Wird es richtig gut passen. Aber wiederum würde das nicht ins Moderne passen. Wiederum würde das perfekt in ein richtig modernes Skyland passen. Super gut. Oder, ähm, und das hier würde halt in beide relativ gut reinpassen, würde ich sagen. Aber ich will wenigstens so, dass wir so zwei, drei Stacks haben. Wir machen jetzt auch keine Doppelküste, aber wenigstens zwei, drei Stacks. Also Step 1. Wir müssen das machen und dann das hier. Wir nehmen uns erstmal zehn Banner und gucken dann, was abgeht. So, wo muss ich denn jetzt das mit dem Banner nochmal machen? Weil hier geht es doch jetzt nicht so, oder nicht? Ja. Da gibt es doch jetzt eine neue Methode, wie man die craftet, wa? Webertisch, sagt ihr. Ja, okay, warte. Webertisch, zack. Und dann ab dafür, wir craften jetzt so. Das erste offizielle Projektbanner. Ähm, wie bekomme ich denn das? Wie bekomme ich denn diese, dieses Sternending? Oder muss ich dafür eine Flower hier irgendwo reinlegen oder so? Du brauchst eine Vorlage, das muss man mit so Blättern machen. Du brauchst eine Rolle. So, mit Papier. Zack. Zwei Rollen. Kann man die nicht stacken? Was ist denn das für ein Dreck? Dann die, die. Zack. Und dann brauche ich jetzt einmal Rot und danach Gelb. Rot. Gelb. Und daraus soll jetzt dieses Ding werden, was wir da haben. Mit einer Verzauberung jetzt so noch. Warte, wir gucken uns mal so an, wie es so aussieht. Ja, so sieht es halt echt wack aus. Krass, wie der Typ da drauf gekommen ist. Wäre ich niemals drauf gekommen, Alter. Ja, da fehlt doch noch was. Das rote. Das rote habe ich schon. Ja? Ja, ja, das sieht man. Ja, gucke. Das ist das allererste offizielle Projektbanner. In echt sieht es irgendwie echt dunkel aus, oder nicht? Was sagst du? Mach doch mal das weiße. Ja, wir machen mal das weiße und stellen es daneben. Aber das hier nehme ich mit. Das ist das allererste Projektbanner. What the fuck? Das kann ich nicht hier lassen. Nee, nee, das kann ich nicht hier lassen. Oh Gott. Dann machen wir kurz mal ein weißes Banner. Und holen uns von hier. Hier war noch weißer Farbstoff. Und dann geht das weiße Banner jetzt so rein. Gelbes Kreuz. Einmal weiß hier von, zack. Gelber ran, zack. Dann rot, Blume, zack. Und dann im Prinzip weiß hier oben, genau. Ich glaube, das weiße sieht besser aus im Game. Das weiße passt halt viel besser zum Projekt. Viel, viel besser. Das weiße gefällt mir viel, viel besser. Wir machen auch direkt mal das Graue. Ja. Kennst du diesen Moment in deinem Leben, wenn dein Herz so Glückshormone ausstreut, weil du irgendeine Entscheidung gefällt hast oder wegen irgendwas richtig glücklich bist? Das habe ich gerade. Ja, wir machen auch noch ein komplett graues Ding, damit wir alle drei Banner einmal haben. Und jetzt haben wir das Relation Banner in vier verschiedenen Farben vor Ort. Bam. Oh, ich falle die rechts und links aus. Ja, schwarz und weiß sieht am besten aus. Aber man sieht halt, also schwarz passt halt zum Beispiel nicht ins Moderne, aber schwarz passt zum Beispiel in eine Festung. Auf ein Piratenschiff oder so. Ja, wir nehmen die ganze Farben. Wir nehmen das genauso. Das Weiße wird das absolut offizielle Projekt Banner. Und das hellgrau, grau und schwarze benutzen wir nur auf den jeweiligen Bauwerken. Oder wenn wir mal Bauwerke haben, wo das richtig gut, ja, wo das richtig gut reinpasst. Wo das Weiße einfach ins Auge sticht und scheiße aussehen wird, okay? Aber so würde ich das machen. Im Prinzip aber, was man sagen kann, die Hintergrundfarbe ist ja nicht entscheidend. Dieses Logo, was ihr hier seht, ist das offizielle Minecraft Projekt Logo von dem Projekt, von dem Minecraft Let's Play von mir. Das offizielle Relation Minecraft Let's Play Projekt Banner. Wir gucken jetzt mal, ob man das duplizieren kann oder nicht. Das könnte ja zu spannend werden. Wir stellen die erstmal hier hin. Hier, eins, zwei, drei. Und das Weiße setzen wir später noch ran. Ja, es sieht halt wirklich geil aus. Muss man einfach sagen, Bruder. Es sieht wirklich sehr, sehr, sehr geil aus. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie geil ich das finde. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das mit den Kopieren noch geht, was zu Lexus gesagt hat. Ja, das klappt. Dann machen wir direkt, also wenn man es duplizieren kann, müssen wir, da haben wir ja die Farbstoffsorgen völlig umsonst gemacht. Dann haben wir ja jetzt unsere vier Hauptbanner. Und dann können wir die ja einfach durchduplizieren immer. Also das ist ja dann gar kein Ding. Wolle haben wir ja genug. Höhö, Omega-Lul. Wir haben halt alles. Wir haben Farbstoffe. Wir haben genug Wolle. Wir haben alles, um die Banner unendlich zu duplizieren, wenn wir da Bock drauf haben. Und dann würde ich sagen, kriegt die das weiße Banner, weil das Hauptbanner ist, ein Doppel-Chast. Und die anderen kriegen alle nur erstmal eine Chast. Aber die duplizieren wir jetzt auch noch nicht, weil wir sie erstmal nicht brauchen. Die sehen so sick aus einfach. So, dann hier. So, am besten wäre es sogar, wenn wir uns eine extra Schalker-Kiste machen, die wir immer dabei haben. Mit Bannern drinnen. Komm her, liebe Schalker. Du wirst einmal die offizielle Relation-Banner-Schalker-Chast. Wo haben wir eine Amboss? Offizielle-Projekt-Banner. So ist doch dann wild. Offizielle-Projekt-Banner. Perfekt, Digga. Zack. Und da machen wir uns jetzt alles voll mit den Bannern. Let's go. Ab dafür. Ey, Bruder, das wird so krank. Diese Banner werden eine Flut. Minecraft hat nicht mit dieser Menge an Bannern gerechnet. Versteht ihr, wie ich meine? Eine Doppelkiste und eine Schalker-Kiste mit den offiziellen Projekt-Bannern sind jetzt oh, sorry. Sind jetzt voll. Und dann haben wir auch noch eine Doppelkiste voll und ich habe sogar ein paar zu viele. Die behalten wir mal im Inf. Bedeutet, wir sind jetzt ausgerüstet, wir können loslegen. Das Banner kann jetzt überall, wo es gut hinpasst, gesetzt werden. Mashallah. So lobe ich mir das, Bruder. Wir werden mit dem Banner so übertreiben an bestimmten Orten. Boah, es ist jetzt das offizielle Projekt-Banner, Chat. Ich will es nochmal erwähnen, ja? Also, wir müssen es auf jeden Fall bei den Baumfarben setzen. Das habe ich im Kopf, aber wo kann das Banner noch überall hin? Ich will es halt auch nicht überall richtig hässlich placen, sondern am besten halt, wo es plus minus passt. Versteht ihr, wie ich meine? Zack, zack. Hier, Jungs. Trakt es mit Stolz. Achso, wir wollten noch... Stopp! Stopp! Oh nein, ich habe es vergessen. Wir wollten noch ein Schild machen. Was ist das denn? Chat, was ist das denn? Was soll denn bitte? Er macht Werbung in seiner eigenen Singleplayer-Welt, weil er keine Freunde hat. Kann es sein, dass das das offizielle Projekt-Banner ist? Oder habe ich mich da verhört? Kannst du das nochmal sagen? Das hier. Gucke. Ich zeige es dir nochmal, Sarah. Das hier ist das offizielle Projekt-Banner. Merkt ihr das? Das ist wichtig. Das ist jetzt... Das ist das wichtigste Zeichen, was in deinem Kopf jetzt sein sollte, Sarah. Scheiß auf alles. Scheiß auf deine Familie, Freunde, was du auch immer hast. Projekt-Banner. Wichtig. Ja? Das, Chat, ist das, was uns auszeichnet. Dann... Oh, hier ist perfekt. Guck mal. Zack. Zack. Vor allem Banner beleben, finde ich eine Stadt so krass. Man kann so krass mit Bannern halt eine Stadt beleben, einfach. Äh, und so. Ja, es sieht auch überhässig aus, Chat. Mir egal. Wir bereißen die eh irgendwann wieder ab. Hauptsache, es ist verbreitet. Es muss überall stehen. Versteht ihr, wie ich meine? Mh, dann gehen wir jetzt zuallererst mal in die Villager-Training-Hall. Obwohl Wolf haben wir noch gar nicht. Zuerst zu Wolf haben. Wir setzen das jetzt überall, Bruder. Wir müssen unbedingt noch gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass man die Banner im Prinzip an solche extra Dinger hängt und so. Also jetzt machen wir das noch nicht. Aber für die Zukunft. Ähm, dass du für die Banner so beispielsweise einen Zaun hier setzt, er so rausguckt, wo dann das Banner rankommt oder so. Äh, vielleicht hier den Knopf weg und dafür das Banner. Ja, das geht. Guck mal, Emi. So, so geht, oder? Ich habe eine super, super gute Idee. Was ist, wenn wir es hier so ranhängen? Auf den. Das könnte geil werden, oder? Ja, das gefällt mir. Das Banner soll halt so ein dezentes Element sein, was man immer mal wieder sieht, wisst ihr? Ja, hier haben wir jetzt auch genug Banner. So, dann gehen wir mal zuallererst zur Villager-Training-Hall. Hier so. Mal das hier weg. Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Das lässt das ein bisschen zum Leben erwecken sogar. Wenn hier so ein bisschen Muster sind. Oh, das. Aha, guck mal. Das sieht perfekt aus, oder? Noch bin ich ja hier. Ich würde jetzt erstmal auf die andere Seite gehen. Da im Prinzip, wo wir die Gold-Inglets umcraften. So, so ist cool. Dann kommst du hier raus und siehst es so. Banner sitzen, das ist schwierig. Wenn dann halt nur hier noch. So richtig beknackt in die Ecke einfach. Mal hier, hier, hier. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das hier mal so ordentlich designen werden, was hier ist. Hauptsache es stehen Banner erstmal. Zack. Dann haben wir hier jetzt auch. Aber ich weiß nicht, ob ich die Banner an den, an den Nether-Portalen so fühle. Die sind ein bisschen sehr viel, oder? Ja, ne, die fühle ich nicht. Die kommen weg. Die stellen mich. Du musst auch nicht übertreiben. Ja, ja, deswegen. Guck mal. So, so. Boah, das sieht aber wild aus. Guck mal, da passen die Banner perfekt. Zack. Was sagst du? Ja, sieht gut aus. Passt, wa? Hier geht es jetzt richtig ab, Digga. Da müssen wir wirklich die richtige Wahl treffen eigentlich. Boah, oh, oh. Was war... Junge, sind gerade alle Farben mit einmal kaputt gegangen, oder was? Was soll denn das? Die Frage ist halt nur, warum es... Also, ich denke mal, das ist jetzt einfach nur, weil hier alles ordentlich aktualisiert und geladen wird. Weißt du, wie ich meine? Aber da würde es halt nicht so gut hinpassen, weil wir halt nur... Weil es so klein ist. Weißt du, wie ich meine? Obwohl, wenn wir es da in die Mitte packen vielleicht. Hier so. Da. Ne. Sieht scheiße aus. Weg damit. Kann da, wo ein Banner steht, irgendwas spawnen? Oder geht es nicht, wenn das Banner da ist, Jungs? Das gefällt mir. Das ist richtig schön dezent da oben. Ja, das machen wir. Zack, dann kommt das hier weg. Das sieht sehr wild aus. Ach, da kann man keinen Banner ransetzen, 1A. Dann so. Machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Halt da, wo man die überall aktiviert, da, wo man auch irgendwann sein wird. Wisst ihr, wie ich meine? Da nicht. Sondern hier. Ne, das ist zu viel hier, oder? Ah, einfach da drüber. Ja, oh, das sieht auch gut aus. Ihr seht ihr, wie ich zu jedem Bauwerk geflogen bin und dieses Banner wirklich versucht habe, gut und schön anzubringen, sodass es, na, nicht zu auffällig, aber nicht zu unauffällig wird. Es gibt, by the way, weil wir ja vorhin das Problem hatten, das habe ich jetzt auch vergessen zu erwähnen, so ein wunderschönes Schild, ne? Das habt ihr schon gesehen. Hier, zack. Das ist halt irgendwie jetzt nicht so nice, weil man halt gar nicht das Banner darauf erkennt, ne? Das ist das Banner hier. Und das ist das Schild. So, übel hässlich. Wir haben jetzt im Discord schon ein Texture Pack geschickt bekommen. Für alle, die fragen, das ist natürlich in der Beschreibung, ist das verlinkt. Das würde ich jetzt mal runterladen und danach können wir uns das Schild nochmal angucken, wenn es runtergeladen ist und ob es dann wirklich hochauflösender ist, genau. Und dieses Schild sieht jetzt auch voll quality high aus. Pferde haben wir schon mal gesehen, hatten wir auch schon mal, aber das war unbeschreiblich. Für YouTube-Zuschauer wird das so what the fuck sein, weil das vor 30 Wochen viel sein wird. Für mich war es jetzt vor 5 Tagen. Und das war 7 Uhr 13. Ich wollte mich eigentlich auf K stellen, den gesamten Tag. Und deswegen wollte ich mich kurz schlafen gehen, weil ich gesehen habe, dass es regnet und donnert und gewittert und Nacht ist. Dann wollte ich kurz schlafen gehen und genau in dem Moment ist was Krankes passiert. Was einfach krank ist. Denn wenn wir hier mal auf die Welt gehen, ja, wir gehen mal, damit ihr alles seht, gehen wir mal 2 Minuten vorher. Es regnet, es donnert, es blitzt. Wir haben in den letzten Streams, in den letzten Wochen und Monaten öfter darüber geredet, dass ich unbedingt Skelettpferde haben will. Wir haben öfter sogar selbst versucht, Skelettpferde zu bekommen. Während eines Gewitters sind wir rumgeflogen, haben gesucht und gesucht, dass irgendwie ein Blitz vor uns einsteht. Und genau in dem Moment, wo ich AFK stehe, wo kein Stream läuft, wo keine Aufnahme läuft, wo ich nur eine Millisekunde am PC bin, okay, passiert folgendes. Denn wenn wir dieses Replay jetzt einmal anmachen, werdet ihr gleich sehen, Bruder. Ja, guck, guck mal da. Seht ihr das, Chat? Seht ihr das? Hier schlagen drumrum schon Blitze ein. Oh, oh. Da ist das Skelettpferd gespawnt, oder? Also hier ist kein Blitz eingeschlagen. Genau hier ist das erste Skelettpferd gespawnt, Digga. In dem Moment war das so unfassbar heftig. Guck mal. Ich lauf da los. Guckt. Passt auf. Ich lauf los, Junge. Und will einfach nur ins Bett. Ich möchte einfach nur ins Bett laufen. Nicht mehr. Und plötzlich aus dem Nichts. Und das Replay wird gleich abbrechen, weil ich mich direkt ausgelockt habe. Plötzlich aus dem Nichts, Digga. Drei, zwei, eins. Blitz. Komm. Komm, Blitz. Jetzt. Ich lauf auf das. Bam. Vor mir. Drei Skelettpferde, Digga. Vier sogar. Voll mit Rüstung. Und ich gucke und denke mir, what the fuck? Was geht denn jetzt ab, Junge? Wo bin ich denn hier gelandet? Hilfe. Hilfe. Versteht ihr? Genau dann, Digga, habe ich mich ausgelockt. Darauf habt ihr alle jetzt gewartet. Die ganze Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Darauf haben wir jetzt drei Minuten lang hingespult. Guckt. Und jetzt haben wir hier im Prinzip, das ist der Stand der jetzigen, denke ich, ich stand dann hier und habe mich hier direkt ausgelockt. Und jetzt haben wir hier vor uns, direkt beim Einloggen, vier Skelettpferde mit solchen Skeletten drauf. So, das Ding ist jetzt, wie spielen wir das am besten runter? Behalten wir die Skeletten, aber die sterben so oder so. Bedeutet, wir werden wahrscheinlich die Skeletten töten einfach. Jetzt ist die Frage, können die Skelettpferde despawn, wenn ich jetzt einfach da weggehe? Sie despawnen niemals, selbst wenn man sich weit genug entfernt, da die Kreaturen, die Eigenschaft bla bla gilt. Wir joinen jetzt in die Welt und ich fliege direkt weg. Ich fliege direkt weg, ohne jemanden zu schlagen, ohne irgendwas. Wir fliegen einfach sofort, sofort weg, okay? Das ist ganz wichtig. Und danach holen wir uns Line, Name Tags, ziehen uns unsere Kackrüstung aus, die den Schaden macht, wenn die uns hitten. Überlegen uns irgendeinen Way, wie wir die runterbringen, weil die sind auf Höhe 256 gespawnt. Bitte, bitte, bitte nicht sterben. Jungs, ich bin weg! Das war ja echt low. Ja, okay, dann müssen wir die in den Ocean schmeißen. Wir müssen uns auch Obsidian mitnehmen. Und mit dem Obsidian bauen wir dann ein großes Nether-Portal, wo wir die reinzehren können. Oh, Bruder, Alter, ist doch nicht der immer noch, ne? So, jetzt wird's interessant, Chat. Wir sind jetzt hier angekommen. Obsidian habe ich, das habe ich, das habe ich. Die, äh, Dinger, die Skeletten müssen oben schon abfackeln. Nur die Skelett-Pferde, die bleiben stehen, so wie wir das möchten, genau. Die Skeletten sind auch... Ah, nein, stopp. Obwohl, die, die spawnen ja... Ne, 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 ne. Hört auf, euch selber zu erschießen, Bruder. Nein, ein Skelett-Pferd ist gestorben. Ein Skelett-Pferd ist einfach gestorben. So ein Scheiß, Digga. Oh, was? Oh, lol. Ja, moin. So nämlich, lol. Alter, what the fuck, die töten mich. Wir haben einfach Doppeltes bekommen. Da ist einfach noch ein Blitz eingeschlagen, der die gespawnt hat. Pass auf, ich pass auf, Chat. Keine Sorge, Alter. Wir müssen die aber irgendwie schlachten. Ohne, dass die sich... Ey, hallo. Jungs, ihr sollt euch nicht selber töten. Bam. Bam. Ja, Atze, what the fuck, warum bist du so schnell? Bam. Mit Heuballen kann man die, äh, regenerieren? Okay, tschuldig. Ja, dann holen wir direkt beides. Dann holen wir Sättel und Heuballen. Atze, was geht, was geht? Wollen wir ein Skelett leben lassen? Das ist die Frage. Können wir dem irgendwie, Chat, können wir dem irgendwie seinen Bogen abnehmen? Oh, oh. Ja, das war es dann auch komplett mit dem Skelettpferd. Darüber reden wir gar nicht. Bitte stirb nicht. Nicht auf der Ecke aufprallen. Nein, nein. War knapp. Okay, warte, wir holen Sättel und Heuballen. Ähm, du kannst ohne Sättel reiten. Ja, aber ich kann mich nicht bewegen, wenn ich die... Oder kann man... Ich dachte, man kann... Nee. Ich dachte, man kann die reiten, dass man drauf sitzt und sich mit denen bewegen kann. Im Prinzip wie normale Pferde. Oder geht es nicht? So. Aber wie... Wer hat denn hier Heuballen gecallt? Heuballen war ein Scheißcall. Und doch, natürlich mit... Ich kann die... Ohne Sattel kann man die nicht reiten, Alter. Wer hat das gecallt? Was sind das für Calls? Guck doch mal. Ich kann mich ohne Sattel nicht auf den bewegen, Digga. So. Und da kann ich mich bewegen. What the fuck? Kann man auch springen, ja. Aber die sind nicht so schnell, leider. Ey, Bruder. Das ist doch mal ein wilder Anblick, einfach. Die bringen wir direkt zum Amberpillis, Bruder. Die werden vor den Amberpillis... Oder? Stellen wir die vor den Amberpillis oder lieber erstmal zum Hafen? Weil beim Amberpillis passiert noch viel. Da weiß ich nicht, was mit denen passiert. Ja, wir stellen die lieber erstmal zum Hafen. Wir bauen die in Glas beim Hafen ein. So, Jungs. Ihr müsst... Bruder. Bruder, geht's dir gut? Du... 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 Du bist... Kein Mensch. Okay. Dann nicht. Dann, äh... Bleib so, wie du bist. Sei, wie du willst. Ist... Wir leben im Jahr 2021. Ah, jetzt. Hä? So, guck mal. Dann bringen wir die hier das Portal und rein theoretisch. Sollte uns das Portal nicht im Nether, sondern direkt über dem Nether rausbringen. Warte mal. Wir fangen die erstmal ein, Chat. Wenn wir hier die ganzen Skelettfälle bei uns haben, danach können wir weiterreden. Woo! 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 So, da komm du mal mit. Bist du hier der... Der hohe? Der so hoch springen kann? Ja, du bist der hoher. So, Jungs. Ich muss euch mal hier ablösen. Äh, ihr müsst... Ihr werdet jetzt alle gefangen gehalten, euer Leben lang, ja? Eigentlich nur als Trophäe, weil ich das einfach gerne hab. Okay, ihr müsst jetzt alle hier durch. Nach und nach. Genau. So, Jungs. Kommt einmal bitte mit. So, wir müssen hier einmal durch, damit ich hier einmal alle durchziehen kann. So, Jungs. Ihr müsst hier einmal nochmal eine Reise machen. Danke. So. So, herzlich willkommen auf der anderen Seite der Map. Ähm, ihr müsst jetzt einmal alle mitkommen, bitte. Jetzt haben wir alle, wa? Zwei, vier, fünf. Genau, fünf Stück. So, wo kommen die jetzt hin? Eigentlich am besten wäre da rein einfach, oder? Ja, dann bauen wir denen hier jetzt ihren eigenen Room, wo die im Prinzip einfach provisorisch erstmal reinkommen. So, und dann werdet ihr jetzt erstmal hier im Bunker, kann man das Bunker nennen, einmal verwahrt. Zack, kriegt sogar noch eine LED-Decke. Ich danke euch, für euer Kommen. Ich danke euch, für euer Spawn. Das war mir sehr wichtig, dass wir jetzt auch mal Skelett-Pferde haben. Theoretisch können wir hier Glas oder so noch reinmachen. Aber wir lassen es einfach so. Auf Skin habe ich dann doch noch diese Glaswand reingebaut, damit es schöner aussah. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.